Guten Morgen meine liebe Freunde und Freundinnen, soll ich sagen, ja? Hat meine Freundin ja gesagt, du musst jetzt sagen, guten Morgen! Und ich soll euch wünschen ein gutes neues Jahr. Ja, ein gutes neues Jahr soll ich euch wünschen. Von mir und von meinen Menschen. Jawohl, ja, soll ich machen. Also mache ich ein gutes, friedliches, ruhiges, glückliches neues Jahr wünsche ich euch. Und ihr seid bitte nett und bleibt alle schön gesund. Jawohl, aber eins kann ich euch sagen. Sowas wie gestern und heute Nacht brauche ich nie wieder. Mann hat das gescheppert und gezischt. So hat er es gemacht. Also ich kann es euch flüchtern. Ich habe gar nicht getraut, raus Bibelmache zu gehen. Ja, Mann, 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 Mann. Und immer wenn ich gedenkt an das ist rum, dann sind wieder Funke gesprüht und so bunte Digger durch die Luft geflogen. Und dann wieder dieses Gezische-Unkel. Boah, ey, ich sah es euch. Und das nennen wir Schäden. Das macht dich ja ganz kirre. Oh, Mann, war ich fertig. Ich war total durcheinander. Ja. Ja. Und ich brauche jetzt bestimmt ein ganzes Jahr, bis ich das vergessen kann. Also sowas brauche ich nicht noch mal. Das sah ich euch gleich. Wenn ihr nächstes neues Jahr gefeiert seid, bin ich nicht dabei. Ja, sah ich. Also Freunde, heute wünsche ich euch aber alles, alles Gute und ein schönes neues Jahr. Tschüss, euer Mogli mit die weiße Socke.